Heute haben Studenten der Uni St. Gallen mit der Stadt St. Gallen die Klimastegen eröffnet. Zusammen haben sie das Projekt über sieben Monate geplant und umgesetzt. Noemi Schaub, Studentin an der HSG und Mitverantwortliche des Projekts, ist sehr zufrieden, dass die Stegen endlich eröffnet ist. Es ist ein super schönes Gefühl, auch durch das ganze Feedback, das wir bekommen haben, auch die Leute, die durchgelaufen sind, die wir montiert haben. Es ist wirklich sehr, sehr viel positives Feedback gekommen und viele haben sich freut, dass es jetzt, dass etwas geht und dass es mal sichtbar ist, auch die Nachhaltigkeit. Auf den Stegen wird nämlich gezeigt, wie sich die Temperatur in der Schweiz in den letzten Jahren verändert hat. Die Idee zu dem Projekt ist schon länger im Raum, erklärt Massimo Wenck, Student an der HSG. Ursprünglich ist die Idee von unserem Professor, Prof. Dr. Rolf Wüstenhagen, gekommen. Er hat die Idee vor zwei Jahren gehabt und im Rahmen von unserem Implementationsprojekt, die jährlich stattfindet in diesem Massenzertifikat, haben wir dann das ausgesucht und weil wir dachten, das ist eine gute Sache, haben wir das noch weiterverfolgen und nochmal aufgreifen. Auf den 162 Stegentritt sind mit verschiedenen Farbtönen die Jahreszahlen und der Temperaturanstieg abgebildet. Und damit das auch so viele Leute wie möglich sehen, ist die Tohle-Gässli-Stegen genau der perfekte Ort dafür. Die Treppenstufen, so ein wenig wie es hier zur Universität sind, und die meisten Studierenden, die in der Stadt im Zentrum wohnen, benutzen genau diesen Weg, um an die Uni zu kommen. Und es ist eine sehr belebte Stege. Und damit die beliebte Stege auch zum Nachdenken anregt, sind auf den letzten acht Tritten Sprüche, wo die Leute motivieren sollen, um auf das Klima zu schauen. Okay.